ein herzliches willkommen zu einem neuen video ich weiß es gab jetzt ein paar tage länger kein video aber ich habe es ja schon erwähnt gerade mit schulischen sachen und so da habe ich tatsächlich nicht so viel zeit jetzt die letzten tage gab video zu machen und dazu kommt noch ich weiß nicht ob man es vielleicht hört ich war die letzten tage hatte ich etwas mehr am kränkeln und ja manchmal kommt ein zum anderen und da passt es dann halt nicht aber ich bin natürlich noch da wenn ihr das seht morgen gibt es dann ja den live stream mit jonas den habe ich glaube ich noch nicht angelegt das werde ich nachher aber noch machen aber heute wollen wir uns natürlich konzentrieren auf die weitere piraten ära wir haben uns dann am video schon die quasi erste welle der piraten set angeguckt wird unter anderem der plexis barracuda und der eldorado fortress und jetzt ihr sitzt am titel schon beginnt quasi das zeitalter der rot röcke also das ist immer so ein bisschen geteilt gewesen bei den piraten mal hat man blaue röcke bekommen mal hat man rot röcke bekommen und irgendwann kam kommen dann noch die insulana über die habe ich ja auch schon mal gesprochen aber die werden wir ja dann auch noch mal in dieser themenreihe durchsprechen jetzt soll es aber tatsächlich um die sets aus den jahren 92 bis ja so 94 ungefähr gehen also es ist ein bisschen schwierig das alles zu ordnen aber ich denke mal ich habe das in einem guten ja in einer guten ordnung einsortiert so dass das alles auch zusammenpasst thematisch und da würde ich sagen wir gucken uns jetzt jedes set an ich werde euch meine meinung wieder dazu sagen und dann können wir selber mal darüber diskutieren in den kommentaren welche welle denn jetzt eigentlich besser ist die erste oder diese hier da bin ich nämlich sehr gespannt drauf was ihr denn davon haltet und ja dann würde ich sagen legen wir los als erstes und das finde ich immer großartig haben wir diese ganz kleinen sets dies früher immer gab das habe ich ja in der letzten themenreihe schon gesagt das sage ich auch bei adventure das und was dann immer wieder ist im prinzip immer die gleiche figur mit ein bisschen was anderen dabei hier haben wir zum beispiel dieses coole schwarze panel was auch bei den wolf pack und black castles dabei ist ein high noch mit dabei eine kanone super cool auf jeden fall oder halt dieser kleine pirat das ist meine ich sogar das gleiche set wie das erste was wir gesehen haben aber das eine ist ein retail exklusives set gewesen und das andere das ist halt normal gewesen also normal zu bekommen und dann haben wir hier natürlich noch so cooles set der affe ist natürlich großartig die palme ist großartig die schatztruhe also es sind so diese kleinen sets von denen wir ja immer wieder sagen wir brauchen da eigentlich mehr von um richtig in so eine serie einzusteigen wie gesagt es ist eigentlich im prinzip immer der gleiche piraten bisschen anders mal hat er andere hosen mal hat er einen anderen dreispitz und natürlich immer irgendwas anderes mit dabei aber im prinzip ist ist immer wieder die gleiche figur was halt interessant ist um in diese reihe einzusteigen sind halt die sachen die dann dabei sind sowas wie eine kanone ein affe die palme oder sowas das haben diese serien halt immer wirklich ziemlich cool gemacht diese alten themen rein das erste richtige set mit den rotröcken ist die 62 47 gewesen wir haben hier so ein kleines ruderboot einen normalen soldaten würde ich sagen und einen etwas höheren der mit dem dreispitz der ganz freundlich dem piraten mal sagt dass er ein bisschen schneller paddeln soll so wie es aussieht generell mag ich solche sets total gerne weil das kann man sich auch öfters kaufen es sind standardfiguren es sind battle pack figuren charakteristisch theoretisch wir haben eine coole schatztruhe noch mit dabei ich muss dieses boot nicht unbedingt in rot haben das hatte ich auch bei den neueren serien erwähnt das muss ich natürlich auch hier in der alten serie erwähnen ich persönlich finde das in braun eigentlich am coolsten also ich brauche das nicht in blau ich brauche das nicht in gold ich brauche das nicht in violett oder so für mich reicht das komplett in braun aber nichtsdestotrotz ist das jetzt ein kritikpunkt der er so mein ding ist und den ich jetzt nicht auf alle um münzen möchte es ist trotzdem sehr cool es hat drei coole minifiguren sehr generisch verwendbar super cool und halt leicht um an so ein boot zu kommen wenn das jetzt mit der farbe nicht so stört es ist jetzt für mich auch kein weltuntergang aber wie gesagt ich finde halt die vorstellung relativ cool dass keine ahnung die armada oder piraten irgendwie so ein quietsch buntes boot haben und damit irgendwie unauffällig durch die gegend schippern wollen das finde ich immer ganz witzig die 62 58 ist finde ich auch ein sehr cooles set erst machen wir natürlich das braune boter das werde ich jetzt nicht immer erwähnen aber jetzt das eine mal muss ich es natürlich trotzdem noch mal sagen und wir haben so einen kleinen unterschlupf wie man sich das vielleicht von auch robinson kruse oder so vorstellt dass er irgendwie so einen unterstand gebaut hat mit palmen wedeln mit natürlich einem schatz und jetzt möchten die piraten natürlich das Ruderboot haben um von der insel zu fliehen ist ja ganz klar der hai der dem rotrock im nacken sitzt der hat wahrscheinlich auch eine gute absichten aber ja auch so ein kleines set auch viele viele coole teile mit dabei coole minifiguren auch wenn es natürlich bei den piraten und auch bei den rotrücken jetzt nicht unbedingt so viel ja abwechslung gibt natürlich sind die immer leicht ein bisschen anders die piraten aber es ist jetzt nicht so dass man da irgendwie in irgendeiner weise ständig highlight neue figuren bekommt aber das finde ich auch nicht schlimm bei piraten das ist meiner meinung nach völlig fein ich glaube ich hatte schon mal erwähnt dass piraten floße oder was auch immer die mehrzahl von floß ist bei lego immer sehr sehr beliebt waren in den piraten rein und ja hier haben wir noch mal eine bisschen andere version im prinzip ist es natürlich ähnlich mit diesen fässern die quasi als als basis dienen erinnert mich auch so ein bisschen an water world ich weiß nicht wer den film kennt mit kevin kostner nicht so gut dafür wie ich finde aber nicht so schlimm der piraten captain da dachte ich immer dass es red beard bis ich dann mal nachgeschaut habe und das ist tatsächlich nicht red beard sondern einfach ein gewöhnlicher piraten kapitän zumindest laut brick set könnt ihr mir gerne in die kommentare schreiben wenn ihr das anders seht aber ich denke mal das kommt ganz gut hin weil red beard der ja ich weiß nicht da hat er ein bisschen größere schiffe als ein kleines floß normalerweise finde ich aber auch ganz nett warum soll es nur einen einzigen piraten captain in der ganzen welt geben auch wenn natürlich captain wird wird der mit abstand gefürchtete gefürchtetste und großartigste pirat ist man könnte natürlich noch argumentieren dass er auch keine augenklappe und kein holzbein hat also es wird auf jeden fall nicht red beard sein aber wie gesagt es ist natürlich auf jeden fall eine coole figur wie ich finde und ja so ein floß hat man irgendwie gefühlt auch schon ein paar mal gesehen aber ist auf jeden fall nett was die caribbean clipper für die blaue röcke war ist das imperial flagship für die rot röcke und ich muss sagen ich mag dieses schiff tatsächlich wesentlich lieber als die caribbean clipper ich weiß nicht ob das kontrovers ist ich weiß nicht ob die caribbean clipper wesentlich beliebter ist in der classic community aber bei mir hat das halt auch den grund dass ich die rot röcke halt sehr gerne mag also die rot röcke sind für mich persönlich auch vor den blaue röcken aber das ist ja wie gesagt geschmackssache hier haben wir den coolen admiral mit drin die coolen flaggen mit dem symbol das gefällt mir bei den imperial also bei den rot röcken auch ziemlich gut und hier kann man auch schon erkennen was für mich auch eines der probleme war dass wir gehabt haben mit den neueren piraten serien also mit den letzten reihen die wir hatten hier haben wir bei den blauen und bei den rot röcken jeweils ein schiff gehabt ein richtiges in anführungszeichen kriegsschiff natürlich ist das kein vergleich zur blacksis barracuda oder zu einem anderen schiff zu dem wir später hier noch kommen werden aber man hat zumindest auf beiden seiten schiff gehabt was ja auch absolut sinn ergibt und das ist irgendwie in den späteren piraten rein nicht mehr so da gewesen was für mich irgendwie auch gar keinen sinn ergibt natürlich haben wir dieses imperial flagship 2010 dann gehabt aber das ist wiederum noch eine ganz andere klasse als zum beispiel die blacksis barracuda oder so ganz einfach weil das kein spiel set in dem sinne ist sondern für mich ist das eher so ein ja so ein display modell auf jeden fall sehr cooles schiff ich weiß nicht wer schaut auf jeden fall gerne nebenbei schon mal in die kommentare mögt ihr das schiff lieber oder die caribbean clipper ein weiteres legendäres set der rot röcke ist der imperial trading post also dieser ich glaube freihafen heißt er quasi im deutschen ich finde die englischen namen immer besser also ihr seht schon wir haben auch damals die eldorado fortress gehabt bei den blauen röcken und hier wieder im prinzip so ein halber stützpunkt für die rot röcke natürlich ist das auch viel mit ja ich würde sagen mit waren verschiffung und sowas gewesen aber nichtsdestotrotz auch ein sehr cooles set was ist zum beispiel sehr sehr cool finde an dem set ist dieses schiff was damit bei ist das hätten sie vielleicht irgendwie als kleines jahr 20 euro set oder so noch mal extra rausbringen können das wäre cool gewesen vielleicht ein bisschen abgeändert aber nichtsdestotrotz auch wieder eine 3d base plate und noch eine richtige base plate natürlich mit dabei also ich weiß nicht jonas kennt ihr ja mittlerweile alle guckt da mal auf seinen instagram kanal und ich meine er hat auch bei zusammengebauten review dazu gemacht also das ding ist schon echt groß und vor allen dingen auch sehr teuer wenn ihr das haben wollt das ist aber bei den großen exklusiven oder ich weiß nicht nicht exklusiven sets aber bei den sets die eigentlich jeder haben will dass das ist irgendwie gang und gäbe gerade bei piraten sachen und bei den ganzen klassischen themen dass man da sehr viel für bezahlen muss ihr könnt glück haben aber im normalfall muss man da schon ein paar hundert euro mit einrechnen jetzt gehen wir noch kurz ins jahr 1993 und hier haben wir auch wieder so ein kleines set wie so eine wheel gun mit drei musketen zwei coole piraten dabei die man ja auch schon öfters jetzt gesehen hat aber trotzdem nichts wo man sagen muss okay das ist schlecht oder nervig die waffen zum aufrüsten und figur braucht man ja eigentlich immer also das finde ich jetzt auch kein problem natürlich ist aber jedes set mit einer schatztruhe und diesen chrom goldenen münzen immer ein bisschen besser wir haben ja auch den coolen papagei mit dabei und ja wie gesagt den kollegen mit dem blauen oberteil kennen wir jetzt glaube ich zur genüge aber ja also es gab genug möglichkeiten den zu bekommen das ist jetzt glaube ich auch keine figur wenn ihr die auf dem zweitmarkt irgendwie haben wollt dass ihr da zigtausend euro für zahlen müsst da kommt man glaube ich ganz gut dran also auch wie gesagt ein kleines nettes set auch wieder mit einem rotrock dabei mit piraten und ein bisschen krimskrams den man auf jeden fall immer gut gebrauchen konnte und hier haben wir auch wieder so ein kleines cooles battle pack battle pack in anführungszeichen denn hier ist natürlich redbeard mal wieder dabei redbeard eine coole figur ikonisch aber auch da kommt man ganz gut dran weil der auch in vielen sets drin war dass da müssen wir jetzt nicht drüber reden der affe ist mittlerweile leider vom markt also es gibt natürlich neue affen in dieser wild love serie die wir bekommen haben oder diese schimpansen aber ich fand diesen besonderen affen damals viel cooler weil du konntest dem halt in jede foto irgendwas geben irgendwie säbel oder so dass er mit den anderen piraten kämpft oder so finde ich immer sehr cool erinnert mich auch ein bisschen an den affen von flucht der karibik das ist wirklich ein richtig cooles set ja natürlich man hat dann immer wieder captain redbeard häufiger doppelt das ist natürlich bei battle packs immer ein bisschen problem wenn man da immer wieder die gleiche figur mit hat und die auch einen namen hat und ein hauptcharakter oder so ist aber ich glaube dieses set hat wesentlich mehr positive punkte als dass man das vielleicht jetzt dann ein bisschen vergessen könnte an das set erinnere ich mich sogar noch weil ich da oftmals gesucht habe ob es das zu einem günstigen preis gibt ich glaube das letzte mal als ich geguckt habe waren 70 euro das ist nämlich die canon kauf und das ist einfach eine setting was ich total großartig finden wir haben so eine kleine base plate 8x16 müsste das sein wenn ich mich jetzt nicht irre eine coole kanone mit dabei natürlich wieder ein ruderboot dabei der busch und halt so eine kleine ich will jetzt nicht sagen festung aber so ein kleiner außenposten oder sowas entweder als hinterhalt falls piraten vorbeikommen oder um seine stellung irgendwie in den in den gewässern zu sichern finde ich immer extrem cool sowas braucht man natürlich auch auf jeden fall und nicht so eine dünne fassade wie ich das ja immer wieder sage in den neueren sets wo wir da diese vor vor oder außenposten hatten die natürlich das eigentlich überhaupt nicht waren hier haben wir noch ein kleines schiff die renegade runner und hier haben wir zum beispiel auch wieder diesen piraten den wir eben noch auf dem floß gesehen haben der hat sich jetzt anscheinend eine kleine crew zusammen gebastelt gesucht und auch ein kleines piratenschiff gegönnt ist natürlich kein vergleich zu den schiffen die redbeard gehabt hat aber nichtsdestotrotz auch wie finde nettes kleines schiff vor allem in einer preisklasse damals wahrscheinlich gewesen die für viele wesentlich erschwinglicher war als zum beispiel die blaxis barracuda die segel gefallen mir natürlich immer einfach einen toten schädel mit drauf und standardmäßig schwarz weiß da kann man eigentlich nicht viel falsch machen last but not least haben wir hier das größte piraten schiff und zwar die sky ice guna ob das jetzt das beste piraten schiff aller zeiten ist das muss jeder für sich selber entscheiden es ist immer so gefühlt so ein kampf gerade was klassische piraten schiffe angeht entweder die sky eye oder die blaxis barracuda die sky eye ich habe da schon sehr oft mit jonas drüber geredet weil das ist ja auch sein lieblings piraten schiff ist gefühlt ein update von der blaxis barracuda kann man wahrscheinlich so sagen man sieht einige parallelen auf jeden fall man sieht aber auch einige updates und ich glaube das ist einfach geschmackssache ich persönlich in meiner wahrnehmung fand halt immer die blaxis barracuda das ist auch das schiff an was ich mich wesentlich eher erinnert habe als an die sky ice guna dass das das ikonischere schiff ist also nicht nur in der piraten classic hardcore fan szene sondern generell alle die mal mit lego irgendwie in den 80ern oder 90ern gespielt haben kennt glaube ich dieses schiff eher ihr könnt mich da gerne lügen strafen schreibt mir das gerne in die kommentare aber gefühlt also für mich jedenfalls war das so deswegen da bin ich sehr gespannt auf eure meinung nichtsdestotrotz das sind beides großartige schiffe natürlich auch da hat meine jonas review zu gemacht oder auf seiner auf seinem instagram kanal auf jeden fall könnt ihr auch noch mal vorbeigucken classic big studios da gibt es auf jeden fall immer sehr viele hochauflösende bilder zu diesen ganzen sets die ich ja nicht habe und wo ich mir auch nicht sicher bin ob ich die jemals irgendwann haben werde aber aber ja es sind auf jeden fall coole schiffe und ja ich bin sehr gespannt auf eure meinung dann haben wir es erst mal geschafft das waren die jahre 92 bis 93 wir haben aber auf jeden fall noch die insulana vor uns natürlich meine geliebten armada jungs und dann hört es leider bald auch schon mit den glorreichen piratenzeiten auf aber das ist natürlich ein thema für ein anderes video ich hoffe es hat euch soweit spaß gemacht gefallen ihr wurdet unterhalten und auch informiert wie gesagt ihr merkt schon meine stimme ich musste jetzt noch ein bisschen schon damit der livestream morgen nicht komplett schief geht aber ja danke für die aufmerksamkeit und habt einen schönen tag bis bald